Hi ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie wir jetzt schon so ziemlich alles von Zypern einmal gezeigt haben, aber die Hauptstadt noch nicht, geht es für uns heute dorthin und wir sind schon gespannt, was ihr alles erleben werdet. Wir haben uns einige Punkte herausgesucht, die wir euch zeigen wollen und ja, ich würde sagen, Video ab! Unsere Tour durch die City startet im Herzen von Nikosia und zwar im südwestlichen Teil der Altstadt. Hinter mir könnt ihr noch die alten Stadtmauern erkennen und das erste, was wir uns hier anschauen, das ist der sogenannte Eleftheria Square, auch Freiheitspark genannt. Der ist seit 2005, besteht der, beziehungsweise wurde 2005 neu gebaut und ja, wir schauen uns das jetzt mal an und vielleicht finden wir noch mehr Informationen unten im Park. Die alte Stadtmauer, die ihr hier sehen könnt, hinter mir, die umschließt die Altstadt mit elf Bastionen. Die ist ungefähr fünf Kilometer lang und wurde rund um 1567 bzw. 1568 erbaut. Mittlerweile hat sich auch die moderne Architektur dazugesellt, die wir uns jetzt anschauen werden. Mittlerweile hat sich auch die neue Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die neue Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die neue Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die neue Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer und die Stadtmauer, die wir uns jetzt anschauen. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer und die Stadtmauer. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer und die Stadtmauer. Mittlerweile hat sich auch die Stadtmauer und die Stadtmauer. Durch den Freiheitspark sind wir jetzt durch, sehr schöner Park, lädt zum Verweilen ein. Man kann auch hier eine Galerie finden, am Anfang ist ein Kiosk und der Platz wird begrenzt auf der westlichen Seite von einer großen Straßenkreuzung genauso wie an der östlichen Seite. Und für uns geht es jetzt weiter zum Air Market, das ist so ein Gemüsemarkt, denke ich mal. Wir haben selber keine Ahnung, wir haben ja nur ein paar Punkte rausgesucht, die wir euch eben hier zeigen wollen und da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Das ist übrigens die Stelle, wo man dann kurz einmal in die Innenstadt, in die engen Gassen reinfährt mit dem Auto, damit man dann da hinten am großen Parkplatz wieder rauskommt. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz den Freiheitspark von oben. Cool ist auch, dass sich hier die moderne Architektur mit der alten verbindet. Für uns geht es jetzt in diese Richtung zum Air Market. An der östlichen Seite des Parks kann man dann auch eine alte Bibliothek finden. Relativ cool mit dem modernen gleich daneben und da haben wir dann noch einen großen Parkplatz. Und gleich da unten ist dann die große Kreuzung eben an der Ostseite und wir gehen jetzt mal diese Straße hinunter in Richtung des Marktes. Für das, dass wir Anfang April haben, ist es schon richtig kuschelig warm heute und ich glaube, langsam kommt der Markt in Sicht, oder? Wir haben es jetzt geschafft auf den sogenannten Air Market, das ist der wöchentliche Gemüsemarkt, der hier immer wann mittwochs und samstags stattfindet. Wir werden es jetzt einmal umschauen. Wirkt ein bisschen klein für mich, ich habe mir das ein bisschen größer vorgestellt. Aber es schaut aus, als ob es sehr gutes frisches Gemüse gibt. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf den ersten Blick schaut es schon mega lecker aus. Wir haben jetzt kurz nach zwölf Mittags, schaut allerdings so aus, als würden da viele schon wieder zusammenbacken. Also ich vermute mal, dass das Ganze so ungefähr bis 13 Uhr geht. Aber jetzt zeige ich euch noch das leckere Gemüse, das es hier gibt. So, nachdem wir beide die absoluten Nikosia-Profis sind, haben wir uns eine City-Map zurechtgelegt, damit wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen, dass wir euch die ganzen Sachen zeigen können. Und jetzt schauen wir mal, ob es da hingeht oder ob wir da runter müssen. So, also wir sind rechts abgebogen und sind auf dem Weg zu uns, zum nächsten oder zum nächsten See, das wirklich fällt, und gehen da gerade an der Grenze von der Altstadt zum Rest der Stadt. Das ist relativ cool, wenn man sich da die alten Stadtmauern im Hintergrund ansieht. Wir sind jetzt hier beim sogenannten Liberty Monument. Das wurde 1973 errichtet zu Ehren der Menschen, die damals in den Ende der 50er Jahren in diesem Zypern-Konflikt mitgekämpft haben. Also ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber wie ihr wahrscheinlich sicher wisst, ist ja Nikosia die letzte große zweigeteilte Hauptstadt der Welt. Und es gibt immer wieder Anspannungen zwischen den Griechen und den Türken auf der Nordseite. Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Wir werden schauen, dass wir uns weiter hier auf die Suche nach weiteren Sehenswürdigkeit machen. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir befinden uns heute rein nur auf der Südseite von Nikosia, also im griechischen Teil. Wir werden sicher in einem der nächsten Videos dann mal auf die Nordseite rüber gehen. Aber das ist dann wie gesagt Platz für ein anderes Video. Hier seht ihr ein sogenanntes Mapboard. Die sind hier in der ganzen Altstadt verteilt und hier am Board kann man sehen, wo die überall verteilt sind. Wir gehen jetzt einmal über die Straße. Da befindet sich das alte Aquädukt und dann geht es ungefähr vier Minuten da rein. Und dann wir fahren zu unserem nächsten Spot. 3 4 4 5 5 5 7 8 5 4 11 Genau das wollen wir vermeiden, ja das ist jetzt die zweite Türi-Gruppe, die wir heute sehen. Aber wir haben uns eigentlich gedacht, das ist jetzt Dienstag mittags und es wird vielleicht etwas weniger los sein, aber da haben wir uns getäuscht, es ist nämlich relativ viel los. Aber die wollen Gott sei Dank nicht dahin, wo wir hinwollen und wir gehen jetzt da rein. Wir sind hier vom Cypress Folk Art Museum, das Ganze kostet heiße 2 Euro Eintritt für Erwachsene und 1 Euro für Studenten, also das ist sicher relativ cool. Nachdem wir aber so viel auf der Liste haben, werden wir das jetzt nicht alles durchgehen, es sind hier draußen ein paar kleine Sachen, die an die vergangene Zeit erinnern, so wie der Heuwagen, der ist relativ cool. Schauen wir mal ein bisschen rum und dann gehen wir weiter, das ist noch viel am Programm heute. Genau. Was manchmal etwas schwierig ist hier auf Zypern, das ist bei den alten Gebäuden zu entziffern, was es genau heißt, da die meisten Beschreibungen nur auf Griechisch geschrieben sind. Was ich weiß, hinter uns ist die Art Gallery und auf der anderen Seite, schwenke ich mal kurz rüber. So auf der Seite haben wir eine Kirche. Musik 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 Was man auch relativ selten sieht, das ist ein Hammambad, beziehungsweise eine kleine Wellness-Orse mitten in der Stadt. Hier seht ihr die Hammambäder und da gibt es einige sehr, sehr coole Backages, allerdings ist mir jetzt zu warm für so etwas und wir haben auch keine Zeit. Wir schauen jetzt mal, wohin es uns verschlägt, beziehungsweise wohin wir jetzt müssen, weil wir haben beide genau keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen, also los geht's! Wo sind wir jetzt? Wir sind wieder am Gemüsemarkt. Yay! Okay, dann gehen wir jetzt so vor und dann da rechts rein. Genau. Wir sind jetzt eine gute Stunde hier im Kreis gelaufen. Der Mario hat jetzt eine kleine Stärkung geholt, jetzt gibt es erstmal ein kühles Wasser und jetzt machen wir uns auf den Weg zu einem unserer Lieblingsrestaurants hier in Nikosia. Meinst du, viele kennen wir ja nicht, aber bei diesem, wo wir jetzt hingehen, waren wir schon ein, zwei Mal und das ist absolut empfehlenswert. Wir haben unser Lokal gefunden. So, wir haben unser Lokal gefunden. Und zwar befindet sich da eine Querstraße neben der Ledrasstraße. Das ist die Haupteinkaufsstraße hier in Nikosia. Und für uns gibt es heute unser Lieblingsmenü, was wir auch in Dubai immer essen und zwar Hummus vor Dusch und ein, zwei andere Sachen haben wir uns heute noch dazu bestellt. Und jetzt ist mal Zeit für leckeres Essen. Also, Mahlzeit! Das Essen war super lecker. Wir sind jetzt eine Querstraße weitergegangen und zwar auf die Ledras Street. Die beginnt genau dort, wo wir unser Video angefangen haben, und zwar am Platz der Freiheit und geht bis zur Grenze, also bis zu Greenland, die wir euch dann auch noch zeigen, durch. Und wer außerhalb der Mall shoppen gehen möchte, der ist da genau richtig, denn da sind die ganzen Geschäfte, kleine Bars, Cafés und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt's mit! Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Uns ist der Akku vom Mikro ausgegangen und wir haben das erste Mal in der Hälfte bei der Post-Production dann gemerkt. Und zwar sind wir hier am Grenzübergangspunkt gestanden in der Ledras Street, der seit 2008 der einzige Übergangspunkt innerhalb der Altstadt ist und auch nur für Fußgänger geöffnet ist. Derzeit braucht man einen PCR-Test, um das Ganze passieren zu können. Das wird auch seitdem von der UN bewacht und das ist schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man dort genau an diesen Grenzen steht, wo die Straßen abgesperrt sind und dann dahinter die ganzen kaputten, verlassenen Häuser sehen kann. Musik 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 Zu guter Letzt hat auch noch das zweite Mikrofon dann den Akku aufgegeben, deshalb ist die Verabschiedung von Video in Nicosia selbst dann auch nichts geworden. Jedenfalls waren wir zweieinhalb Stunden in der Altstadt unterwegs und haben uns einige Sachen angesehen. Was wir sagen können ist, es ist sehr sehr empfehlenswert sich die Stadt einmal in Ruhe anzusehen. Also es ist schon sehr speziell, sag ich mal in einer gewissen Art und Weise. Wir hoffen wir konnten euch ein paar coole Impressionen da lassen und in einem der nächsten Videos werden wir dann, wie der Mario schon vorhin gesagt hat, auch auf die Nordseite rüber gehen und euch den Nordteil zeigen. Auf das freuen wir uns selbst schon sehr. Ich sage danke, dass ihr wieder da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns einen Like da, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen. Also ich sage danke und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Was? Sag mal was, du bist da live und ja. Weiter geht's zu Stop Nummer drei, vier, fünf. Wir sind jetzt. Thank you. Ich bin jetzt. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt schon bei Saisonsrollen. Wir sind jetzt schon bei Saisonsrollen. Das betyder ein Hunger. Ich gebe das mal. Untertitelung des ZDF, 2020